Barrierefreie Websites erstellen ist schwer. Zumindest glauben das viele Webdesigner und Entwicklerinnen. Aber das muss nicht sein. Denn Barrierefreiheit ist längst eine Schlüsselanforderung vieler digitaler Produkte. Und die Zeiten, in denen man sie einfach ignorieren konnte, sind definitiv vorbei. Zugegeben, die Web Content Accessibility Guidelines sind leider ziemlich komplex und dazu extrem umfangreich. Sie sind sehr theorielastig und deshalb schwierig in die Praxis umzusetzen. Ganz ehrlich, auch ich hätte keine Lust, sie von Grund auf erarbeiten zu müssen. Es ist also Zeit für einen radikal neuen Ansatz, wie Barrierefreiheit gelernt wird. Grüezi miteinander. Ich bin Joshua Muhheim, Accessibility Consultant und Fullstack Entwickler. Ich möchte euch einladen zu meinem Online-Jahrestraining in Barrierefreiheit. Als Frontender und ehemaliger Mitarbeiter der Schweizer Stiftung Zugang für Alle verfüge ich über breite Expertise aus erster Hand. Ich war Initiator des Accessibility Developer Guides, habe die Accessibility Studie 2020 begleitet und die WCAG-Checkliste 2.1 des Schweizer Bundes mitverfasst. Beim Begleiten dutzender Projekte habe ich gelernt, wie man Barrierefreiheit einfach und effektiv erreichen kann. Nun möchte ich euch, liebe Designer und Entwicklerinnen, diese Expertise weitergeben. Dazu werde ich zwölf grundlegende Tugenden vorstellen, um Barrierefreiheit reibungslos zu erreichen. Einige davon sind, wie man optimale Farben wählt und Kontraste testet, damit Inhalte gut erkannt werden können. Wie man Grafiken mit Alternativtexten beschreibt, für Sehbehinderte und Suchmaschinen. Wie Tastaturbedienbarkeit einfach sichergestellt werden kann, die Schnittstelle für viele assistive Eingabegeräte. Weiter, wie man Seitenbereiche und Inhalte semantisch gliedert, damit Blinde sich darin gut zurechtfinden. Wie man Formulare implementiert, die von allen bedient und deren Fehlermeldungen gut verstanden werden können. Und wie man herausfindet, welche Webkomponenten tatsächlich barrierefrei sind, damit man sie sorgenfrei in Projekten einsetzen kann. Was zudem nicht fehlen darf, ist die Handhabung von Screenreadern, welche von vielen Entwicklern gefürchtet werden, die aber deutlich sympathischer sind als ihr Ruf und gar nicht so schwierig zu bedienen. Vor allem aber sind sie hervorragende Tools zur Qualitätssicherung, weit über Barrierefreiheit hinaus. Damit ausgerüstet untersuchen wir im Internet gemeinsam Lösungsansätze und finden dabei Best Practices, aber auch Anti-Patterns. Kurz, bald bist du fähig, Barrierefreiheit selber zu prüfen und zu optimieren. Unterwegs lernen wir lebensnahe Personas kennen. Sie ermöglichen die technische und emotionale Nachvollziehbarkeit ihrer jeweiligen Anliegen. Wir werden sehen, warum Barrierefreiheit wichtig für uns alle ist, dass sie UX und SEO fördert, sowie die generelle Qualität des Codes. Jeden Monat also erhältst du mehrere Videos, die prägnant und praxisorientiert die aktuelle Tugend vorstellen. Snackable Content, der sich perfekt in geschäftige Arbeitswochen integrieren lässt. Kleine Hausaufgaben ermöglichen praktische Erfahrung und schaffen Routine. Wende sie auf deine laufenden Projekte an, um diese gleich mit zu optimieren. Am Monatsende können wir live Erfahrungen austauschen und Fragen diskutieren. Doch das ist nicht alles. Du erhältst zwei Stunden 1 zu 1 Direkt-Consulting obendrein. Für Anliegen und Fragen, die keinen Aufschub dulden. Werde jetzt Experte für Barrierefreiheit und melde dich an auf accessify.me slash training. Für 1200 Schweizer Franken kriegst du viele Stunden Videos, Live-Unterricht und 1 zu 1 Beratung. Du lernst in deinem Tempo und so intensiv wie du magst. Im Mai geht's los. Ich freue mich auf dich.